Herzlich Willkommen zurück zu Monster at the Cross. Hallo. Na? Mit einer angenervten Lou. Was geht? Wir machen nochmal die Nervführung. Was hast du vergessen? Was hast du vergessen, was ich auch vergessen haben könnte? Gegengift. Äh, Gegengift ist das hier, ne? Das Red 1. Ich finde ja, Capcom sollte mit mir auch mal so tolle Figuren verlosen. Ich finde Capcom sollte mir mal die ganzen Figuren geben. Ich finde Capcom sollte uns beide Figuren geben und wir verlosen welche. Und dann könnte Capcom uns noch nach Japan einladen, dann können wir in die coole Capcom Bar gehen und da Monster Hunter Drinks trinken. Ihr habt's gehört Capcom. Ich finde das, ich mein... Warum nicht? Steffi, wenn du das hier siehst... Doch, äh, ich mein... Was? Ruf mich an. Die guckt das eh nicht. Wir haben keine Antwort. Oh Gott, ich bin direkt bei ihnen gelandet. Ich bin im Lager. Das ist schön. Ich hab vergessen, ne zweite Falle mitzunehmen. Das ist voll scheiße, ich brauch die linke Schultertasse und mein Kabel ist da direkt. Das ist ein Problem. Hättest du das da nicht so hinlegen dürfen? Es muss links abgehen. Es muss links abgehen. Das ist jetzt echt ein Problem. Okay. Ja, da kann ich die jetzt aber nicht weiterhin. Ja, ich will... So, markiert. Ich trinke mal das, das müsste ein Psychoserum sein. Ja, okay, der andere ist oben links. Ja, gut. Solange er noch nicht da ist, ist ja alles gut. Liegt das bei ihm überhaupt? Keine Ahnung, sieht nicht so aus. Sieht sehr unbeeindruckt aus. Das macht so viel Schaden. Ja, das macht so viel Schaden. Das stimmt. Oh Gott, dammit. Er knackst schon wieder. Ich bin sowieso schon ge... Ach komm, ich bin gerollt. Anscheinend weit genug weg. Ich bin tot. Doch nicht, okay. Ah, Hilfe. Was habe ich da vorhin für eine Meldung bekommen? Ach, Psychosierung geht nicht mehr. Okay, okay. Oh Gott, nein, der Schwanz schon wieder. Oh Gott. Nein. Macht das alles so viel Schaden. So ekelhaft. Wie sind wir mit denen eigentlich mal zuerst? Ich weiß nicht. Das ist ein... Ach komm, hör auf. Nein, 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 nein. Aha. Bushido-Style. Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss einfach weit genug weg stehen. Ja, das und... Oh, er macht's schon wieder. Ach, fuck you. Zu früh, verdammt. Das war nix. Da muss das... Nein, lass nur in Ruhe. Autsch. Nimm irgendwas geklaut. Nimm irgendwas geklaut. Nimm irgendwas geklaut. Er hat dir was geklaut. Hm. Ach ja, das kann der ja auch. Nimm irgendwas geklaut. Ich treff nicht, scheiße. So. Nein. Oh. Ah, Hilfe. Ah, wieso hat der mich denn jetzt erwischt? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ja, Hilfe. Kuchen. Und rennen. Und rennen. Huhu. Warum bist du da jetzt nicht hochgesprungen? Mädchen, ey. Mädchen. 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 Geht doch. Ah, du bist drauf, okay. Hat ja nur fünf Sprünge gedauert, ey. Fappelt der hart? Hm. Geht so. Hm. Ich warte, bis er liegt dann nochmal in meine Special. Warum nicht schaffe ich's überhaupt? Der rastet halt ganz schön aus. Oh nein. Oh Gott, schnell. Ich hau drauf. Ach, komm, ich hätte früher draufhauen sollen. Das war nix, ey. Satz mit X war das. Oh nein. Oh. Er hat mich vergiftet. Doch nicht. Ruch der Flupenkäfer in meinem Bild. Ja. Kann er mal aufhören, mich zur Fokus, und ich will mal kurz heilen. Danke. Wupp. Ich muss mal einen Trank schon einwerfen, boh. Oh Gott. Start it. Oh. Oh, was? Ist das ein großer? Ne, ne? Wie ein großer. Ach, hier war grad so ein... Von den blauen Viechern. Der sah so groß aus in meiner Kelpen gerade. Ich dachte schon drittes Monster im Anmarsch hier. Ja. Das wär nicht so toll. Was machst du denn dann Blitzshit hier? Ah, der andere kommt gerade. Oh, nö. Moment. Ich hab keine Kackebomben dabei. Ich hab. Okay, dann mach mal. Moment. Ich muss den anderen anvisieren. Oh nein. Ja, der hat den anderen angefeuert. Hast du ihn angeschissen? Oh. Ja, du hast ihn angeschissen. Wurde dafür überrannt. Er ist aufgefallen. Der Wichtige. Richtig und wichtig. Hau ab! Jan Kutku. Du bist grad nicht Target. Verpiss dich. Er ist schon wieder aufgefallen. Oh. Wow, was geht? Ich brenne. Ach, Jan Kutku hat mich angezündet. Warum ist er noch hier? Der haut jetzt ab. Nee, haut irgendwann nicht ab. Nee, haut irgendwann nicht ab. Nee, aber unsere haut jetzt ab. What the fuck? Ach, ich hasse dich. Jan Kutku, bleib mal kurz noch da. Ich krieg dich noch. Okay. Was machst du denn mit dem? Ich hab ihn markiert. Achso, stimmt. Das ist eine gute Idee. Uhhh. Ach, der hat den noch nicht zweimal gemacht? Ach, du Pottsau. Was hat der noch nicht zweimal gemacht? Ach, den Dreher. Okay. Puh, hinterher. Wieso juckt der Jan Kutku sich überhaupt nicht an der Scheiße? Weiß auch nicht. Aber jetzt geht er wahrscheinlich eher auf das Gebiet, auf dem jetzt hier der... Don't give a shit. Gibt's ja was ist. Glaub nicht. Du glaubst nicht. Glauben ist nicht wissen. Ich weiß es. Du weißt es erst, wenn es passiert ist und dann ist es zu spät. Er fliegt in ein anderes. Und das dann runter. Sehr gut. Oh Gott. Tschüss. Goddammit, Schatz. Er blitzt. Nein! Oh! Ich war schon am Bushido hier. Ich war schon am Reitmachen, weißt du? Nein! Und sie sagt... Ich war schon am Bereitmachen. Nein! Oh, er hat mich nicht erwischt. Das war mein schneller Blitz. Ja, der hat ihn geladen schon gehabt. Sein Unterbrecher hat ihn nicht gelöscht. Oh Gott. Wow! Please don't die. Ich kann den grad nicht... Ach, ich bin fast in sein Gift gerannt. Ey, mal kurz mich in Ruhe lassen. Ich würd gern... Ja, klar. Der kann mal allgemein aufhören zu rennen. Das ist gerade hart nervig. Oh Gott. Das Schweinchen rennt los, ey. Das Schweinchen? Das Schweinchen. Das Schweinchen. Hui. Ich denk mir so, was für ein Schweinchen. Ein Schweinchen halt. Oh, er blitzt. Ach, shit. Oh, er hat schon wieder gestoppt. Das blinkt aber noch. Das heißt, der kann gleich wieder losblitzen, instant. Oh, der Instant-Blitzer immer. Ups. Vorbeigesprungen. Das blinkt immer noch. Er ist runtergefallen. Lass dein Horn kaputt hauen. Äh. 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 Er blitzt. Oh, meine Schärfe. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Ich bin ausgewischt. Du-di-du. Er fokuss mich. Ja, ist alles okay. Lass mich doch mal in Ruhe. Ups. Ach komm. Ja. Pick mich. Ich muss entgiften. Ich muss eben Detox machen. Oh. Er gibt... Warte, ich muss wetzen. Wetzen, 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 schnell, schnell, schnell. Ich muss heilen. Das ist viel wichtiger gerade. Schnell, schnell, schnell. Ich musste mich jetzt einmal heilen. Ich bin voll stolz auf mich. Aber das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, weil jetzt geht's gleich abwärts. Oh. Direkt wieder runtergeboxt. So, bleib liegen! Bleib du! Bleib schon unten, die Sau! Ups. Ah! Ne, ne, ne. Lass das mal rein. Ach, der ist gar nicht mehr anvisiert. Deswegen klappt hier nichts. Genau. Ich vergesse das immer. Ich drücke dann immer L. Wie blöd. Das ist danach nicht. Und nichts passiert. Upsa. Hast du gesehen? Ne. Boah, ich hab voll den geilen Move immer. Ich hab nur die Ende von deiner Rolle gesehen. Oh Gott. Ui. Käfer. Komm. Ich bin in der Luft gebuchschiedot. Oh. Jetzt müsste ich wetzen. Shit. Aber er sammert. Sehr gut. Da kann ich meinen Staffel nicht holen. Ist tot. Hä? So tut er wieder so. Ich bin mir grad unsicher. Kann man ihn hauen? Warte mal. Ja. Warte mal. Den können wir doch als Aucaven, ne? Könnte man, ja. Das ist ja komisch. Dass er zweimal macht, ne? Der andere kommt. Oh nö. Ich bin doch hier grad am Carven. Ah. Nein, das war viel Schaden. Autsch, autsch, autsch. Sag doch, das macht Schaden. Lass es. Aber ich wollte haben. Wir werfen den anderen mal lieber mit Scheißen. Ich war gierig, okay? Gierig war ich. Kann man mich um den anderen weiter. Wo ist er denn da? Der kommt grad auf uns zu. Ganz langsam. Jetzt ist er wieder am Umfallen. Was ist denn los mit dem? Aber der ist doch nicht tot, oder? Ne, dann wird ja unten hier stehen. Tot. Steht er denn ja so? Oh oh. Ich wollte Carven. Der Kucko ist stinkig. Da steht er auf. Der ist tot. Hä? Was? Ne, der ist tot. Oh. Seltsam. Oh nein. Ich will doch Carven, Mann. Kann der nicht abhauen? Du bist angeschissen. Jetzt geh weg. Ich soll uns jetzt um dich kümmern, wenn du gerade eh angeschissen bist. Dankeschön. Okay, kann ich jetzt... Jetzt kann ich mich heilen, ey. ...ins Carven gehen. Dankeschön. Dass der so oft umgefallen ist. Ja. Es war merkwürdig. Ich hab noch nie gesehen, dass der 2 mal sich tot stellt. Naja, wenn man ordentlich ausweicht, ist es auf jeden Fall gar nicht mal so schwer, wie es sich herausstellt. Ach. Glitzert noch was. Glitzer? Glitzer? Bei mir ist da kein Glitzer. So, runter. Nicht nur mein Fleisch hier essen. Oh, ich auch. Ich hab gar nichts, weil ich nicht im Lager war. Shit. Im Lager gibt's nur die Karte. Ach ja, ist ja, hi Ren. Ich hab meine Falle gar nicht benutzt. Hallo, Kutku. Kutku? Ich kletter mal hier hoch. Schnuppdidoo. Hallo. Komm mal her. Ich war nicht einmal vergiftet. Ich bin nur am Brennen gewesen ständig. Nee, vergiftet war ich auch einmal. Komm mal her. Du bist stolz auf mich, oh Gott. Das reicht nicht, oder? Nee, das reicht nicht. Och, komm, ernsthaft. Gib mir dein Weiß. Dein Weiß ist großartig. Ihr gebt mir nicht dein Weiß. Wovon du alles Weiß willst. Aus allem und jedem. Ups. Autsch, das hat weh getan. Jetzt werde ich unvorsichtig, weil das jetzt beim, äh, so gut geklappt hat. Alter. Aua. Aua. Zu viel Schaden, zu viel Schaden, zu viel Schaden. Alter. Mayday, Mayday, Mayday. Wie oft dreht er sich denn? Mayday, Mayday. Was ist denn? Mayday. Wie du verreckst jetzt? It's Mayday. Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Uuuh. Ui, hallo. Hallo, Jahn, Kutku. Ah, jetzt kommt der wieder zurück, okay. Hört mal stehen, bitte kurz. Boah. Das müsste jetzt richtig schnell gehen, weil meine Explosionen in dem drin hängen. Ist das gebracht? Ähm, ja, es ist schon recht voll, also. Nice. Nix. Nice. Boah, die Katzenbummeränge hier so. Boah, boah, boah. Ich glaube, der kriegt gerade richtig Fett. Der hat kassiert gerade. Der ist, glaube ich, vergiftet, oder? Nee, das ist nur die Giftfolge von deinen Katzen. Nur eine Katze dabei. Ich kann ja nur eine dabei haben. Ja, ist ja okay. Nee, 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 lass das mal mit deinem Feuer sein. Oh, hingeplumscht. Punkt. Du bist abgepfeilt mit deinem Käfer. Hä? Der Käfer ist abgepfeilt. Das macht, das hat der Käfer so an sich. Denkst du, der fliegt da durch, oder was? Oh, das ist ja so ein Tonk-Geräusch. Der nagt sich da so durch. Oh, hat der gekriegt von mir gerade, Alter. Oh, ich bin tot. Was? Er hat mich einfach kaputt gebissen. What the fuck? Ja, Schatzi. Was zum Henker? Ich. Ihr Humpel. Ja, guck mal, so viel Kraft habe ich da reingesteckt. Ich habe nichts gemacht, oder was? Ja, ja. Alter, ich habe den schon gerade gut gegeben. Ich auch. Ich glaube, wenn es einen Damage-Meter geben würde, meiner wäre voller. Äh. Willst du ihn fangen oder töten? So wichtig, ich kenne sie zu allem, das Tod sehen, was diese Vögelviecher betrifft. Schon ein bisschen. So ein bisschen. Jetzt waren die mich schon ein bisschen geärgert, aber andererseits will ich auch, dass die Quest zu Ende ist. Also, wo fliegt der denn jetzt hin, ey? Ich glaube, er war noch in die falsche Richtung. Meine Katze hat dir eine Folle gelegt. Tja, es ist schön für die, aber da nützt sie uns nichts. Deine Katze ist nutzlos. Hey. Hey. Meine Katze. Willst du gehen weiter? Lass mich. Guck mich auf meinen Pfeil. Ich glaube nicht, ob dein Pfeil geguckt. Auf meinen Pfeil zu bespannern. Nee. Ist gerade gelandet. Was? Wir haben ewig gebraucht. Ja, aber er hechelt. Er sabbert und hechelt und schluchzt. Ja. Was hast du da gemacht? Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ach, er hing im Boden mit seinem Schnabel. Komm her. Der Rumpel wird da weg. Ah, nee. Ich habe ihn kaputt gepiext. Was denn? Ich leg nie wieder Fallen. Ich habe ihn angepiext. Jedes Mal, wenn ich eine Falle leg, passiert das. Ich habe keine Lust mehr. Mensch stirbt ja auch noch, weißt du? Ey, dafür habe ich den Final Hit gemacht, ja? Unfähig. Was ist unfähig? Unfähig. Unglaublich. Unglaublich unfähig. Ich habe den meisten Challenge gemacht. Hasse nicht. Ich war effizient. Okay. Falls ich mir jemals doch einen neuen 3DS kaufen soll, kriegst du den und nimmst einfach deins mit auf und dann zählen wir die Hits, die wir einem Monster machen. Und dann finden wir raus, wie ein Schlag, wie viel Schaden ein Schlag macht. Und wie viele Tränke hast du verbraucht? Fast alle meine normalen Tränke. Ich habe vier Megatränke verbraucht. Einen Megatrank und sonst nur neun normale Tränke. Einen normalen Tränke und vier Megatränke. Und wenn du die ganzen normalen Tränke immer verbraust, verschwendest du so viel Zeit. Okay? Also, das kann nicht effizient gewesen sein. Dafür waren meine Kombos effizient. Deine Mama ist effizient. Das stimmt. Effizient ist die Mutter der Welt. Und ich habe wahrscheinlich auch mehr Loot als du. Deine Mama hat mehr Loot als ich. Ja, guck mal. Gehen die Vögel ja doch. Ja. Dann haust du den Deckel auf den Tisch. Das habe ich dir gegeben. Und den ganzen Tisch versaut. Ganze Wasser auf den Tisch gekleckert. Die Katze will mit mir reden. Die sagten mir irgendwas in Rot. Mir auch. War es schon wieder urgent? Was ist das? Haben wir jetzt irgendwie... Moment. Nee, oder? Was? Nee, ist keine... Doch! Das ging jetzt aber schnell. Plesiow. Ja. Sehr urgent. Wir wollen doch jetzt La Gombie machen. Ja, what? Ist doch jetzt La Gombie-Time. What? What? Lass die Folge jetzt laufen, weil das Monster schon kam. Nimm jetzt den La Gombie an. Ich hab schon. Ja, ich hab doch gesagt, nimm jetzt den La Gombie an. Ich hab verstanden, ich nehm. Nimm den La Gombie an. Ich hab nehm verstanden. Oh, 30,25. Das klingt doch gut. Und nach dieser Urgent kommt die Zeit nach, wo wir echt... Oh, drei Effekte. In der wir echt, äh... Neue Ressour brauchen. Ja. Und ich will nicht La Gombie, weil die mir nix bringt. La Gombie bringt Leaping und Evasion. Ja, das bringt mir aber nicht. Ich glaub, ich hab mal gesagt Mounting, aber das stimmt nicht. Es war Evasion. Evasion. Ja, und alles, was mit Sprung Sachen zu tun hat, bringt mir nix. Ja, aber Leaping. Leaping. Ja, bringt doch mir nix. Ja, bei mir. Ja, dir. Deswegen will ich das haben. Äh, was machen wir jetzt La Gombie genau? Ich hab gar nicht geguckt... Sprechen ist schwer. Wo der ist? Bestimmt im Schneegebiet, oder? Das ist... Ja. Sieht sehr eisig aus. Heißgetränke nicht vergessen. Was? Ja, ich hab dich... ...genannt. Hast du richtig gehört? Dann muss ich... Dann muss ich ein Zensurdelfin wieder rausholen. Zensurdelfin. Was denn? Was ist denn ein Zensurdelfin? Er kommt immer über Wörter, die andere nicht hören sollen. Was denn? Dann denken die wieder... Aber dann könnte ich ja was ganz anderes gesagt haben. Ja. Wie zum Beispiel... Das! Ja, da wär jetzt ein Zensurdelfin gekommen. Genau! Jetzt darf ich nicht vergessen, den da reinzumachen. Oh Gott, ich werd's vergessen. Ich wär so weit. Oh, ich hab nur noch eine. Ich hab... Ich muss Fallen bauen. Ich hab keine Schockfallen mehr. Ich hab keine Fallgruben mehr. Und ich muss ein bisschen pinkeln. Ja, aber noch nicht schlimm. Geht noch. Noch nicht schlimm. Noch reicht die Flasche. Ja. Okay. No loading. No loading. No loading. Wieso hat eigentlich Mammoth da so'n Knick im Brüssel auf dem Bild? Gammoth. Ähm, Mammoth. Hab ich Mammoth gemacht? Gammoth. Gammoth. Nee, der heißt auf Deutsch heißt der... Gammoth. Gammoth. Auf Englisch also erstmal. Ja, auf Englisch. Also auf Deutsch weiß ich nicht. Ich hab echt Angst, dass die auf Deutsch die Namen noch mehr verhunzen. Weiß nicht, welche auf Deutsch sind die noch gar nicht bekannt, oder? Irgendwann kam ein Livestream, wie die Eule jetzt heißt auf Englisch. Ich weiß auch, ich hab den nicht gesehen. Eule-Chan. Die Hororohururu. Ja. Das ist aber auch ein bisschen schwer der Name. Also das muss man schon sagen. Eule. Eule. Einfach sagen. Ach, fuck. Die wird sowieso von jedem nur Eule genannt werden. Das ist, äh... Hedwig wird die immer genannt. Hedwig. Oh, hallo. Hallo, Hasi-Chan. Hedwig. Ich sag ich schon. Au. Schnurr, schnurr. Er hat mich geboxt mit seinem Pfötchen. Einen Bitch-Slepp hat er mir gegeben. Ja, gewöhn dich an den, du willst ihn ja tausendmal fahren. Naja, nicht tausendmal, nur so lange, bis ich die Rüstung hab. Tausendmal. So viel braucht man da bestimmt gar nicht. Mhm. Wollen wir bestimmt wieder mehr so doofe Käfer, die niemand hat und so einen Scheiß. Das ist doch immer dasselbe mit dem Zeug. Oder Hüllen. Die Monster-Teile sind noch nie das Problem. LaGombie-Hülle. Kann ich hier durchkrabbeln? Oh, hier kann man durchkrabbeln. Bist du denn? Komm mal her. Achso, nee, hier wechsle ich die Map. Okay, warte mal. Ich decke gerade die Map. Goddammit. Ich bin auf deiner Map, aber... Ich hab da so einen Gang gefunden. Sollst du hier keine Gänge finden? Der war da so. Sollst du hier Häschen verkloppen? Oh, er hat dich angepupst. Naja, da gar nicht. Er hat vorbeigepupst. Ich krieg nur... Ah! Wow! Hast du gesehen? Ich hab ihn gehauen. Voll weggebämpft. Und du springst drauf! Voll weggebämpft. Hat er dich? Weißt du, ich spring ihn an. Er wämst mich weg. Und du wämpfst drauf. Ja, ist klar. Ja, ich spring halt im richtigen Moment. Ihr könnt mich alle malen. Weißt ja nicht, wer wir alle sind, aber okay. Alle. Deine Katze und du. Hylfi, lass meine Katze aus dem Spiel. Allesamt. Oh oh. Er hat mich angepupst. Ah, schön. Oh, nein, voll vorbeigesprungen. Oh, wieder vorbeigesprungen. Ist ja traurig. Hör mal auflacken. Was macht der denn da? Das ist ein Bullshit. Nein, bleib doch stehen! Oh, fuck. Oh. Ich bin dran hochgesprungen. Das hat mir keinen Schaden gemacht. Ja, das ist schön bei ihm. Woo! Das hat aber Schaden gemacht. Schade, dass du das nicht gesehen hast. Das war lustig. Woo! Oh Gott, ich muss weg. Genau deswegen. Ja, bei dem macht Ariel noch Bock. Wieso nur bei dem? Ja, bei den Großen ist es Ariel nicht so cool für Ne... Zum Ausweichen. Oh Gott! Zum Ausweichen? Warum hat er mich da getroffen? Wow! Kannst du mit Ariel gar nicht ausweichen? Ja doch, klar. Wenn du an ihm schon richtig ranspringst und so. Autsch! Oh, fuck. Okay, er kommt nicht zurück. Ihr macht's nochmal. Ich muss mich heilen. Und rollen. Genau. Und jetzt piksen wir dich in den Hintern. Und du drehst. Okay, ich muss weg. Oh Gott. Schneeball. Hallo. Oh! Was? Wieso? Monsieur Hase. Monsieur Rabit. Und Bums. Gott dammit, hör doch auf damit. Irgendwas ist dann abgeflinscht. Die Ohren. Ohren sind kaputt. Hau ab, ey. Lass das. Lass das sein. Schneeballkatzen. Ich will's haben. Es blinkt. Ich will alles haben, was er verliert. Ich könnte es gebrauchen. Oh, oh. Wuhu! Er macht's doch mal. Ich bin eingefroren. Ich bin ausgewichen. Du hast ja bald ganz langsam auf mich zugerollt, während ich seinen Shit aufgesammelt hab. Katze. Ach, die Katzen sind auch eingefroren. Okay. Die Einzige, die nicht eingefroren ist, ist Lou gerade. Ja, klar. Oh, klar. Sagt sie. Ich muss heilen. Ups. Was war das denn? Er hat sich hingerollt. Das ist so was. Das war doof von ihm. Ich finde den immer knuff. Oh, fehl ich, wenn der das macht. Und er rollt. Oh, war das viel Schaden. Holy Quacker. Bums, Chan. Ja, wenn ich alles zifft, dann ist es böse. Ich habe schon gedacht, ich bin tot, ey. Oh, was? Wieso machst du das dreimal? Geh doch nicht zu mir, wenn du dich heil. Du schnippel. Was? Du schnippel kam langsam auf mich zu. Und ich war gerade am trinken. Ich maunte übrigens. Ja, ich weiß. Ich komme. Der wehrt sich halt auch nicht beim Maun. Nö, der sitzt da nur so und denkt sich so, mhm, okay. Mach halt. Alles klar. Ich habe eh keine Chance. Achtung, ich spiele. Ups. Rumpelt er schon? Aua. Gut, das... Oh nein, oh nein. Tritt mich. Oh Gott. Weil ich in die ganz andere Richtung ausgewichen bin. Deine Katzen kümmern sich hier gerade auch um die Echsen. Er ist vergiftet übrigens. Ja, ich sehe es. Okay, hau halt ab. Ich stelle dich hier. Kommst du zurück? Nein, okay. Nee, nee, der war schon dreimal. Wow! Oh, die Rakete flog an ihm vorbei. Oh nein. Und nochmal? Nein, okay. Schneeball. Wehe, du setzt dich hin. Du wagst dich, dich hinzusetzen. Oh, roll doch mal hier in die Falle, in die Falle, in die Falle. Hier, kommst du hin. Falle, Falle, Falle. Komm hier. Nein. Falle. Komm her. Ihr Falle. Fein. Falle. Jetzt ist er doch schon fast tot, ey. Wer schon fangbar ist? Der stirbt, glaub ich, eher. Du würdest ihn lieber fangen, ne? Weil mehr Loot. Nee, noch nicht fangbar. Achso, du hast den Tribor auf ihn schon. Zwei, ja. Achso. Oh. Jetzt ist er fangbar. Gut. Einfach draufkloppen. Passt. Es wackelt und hat Luft. Und. Teabaggen. Also du weißt. Hier. Wenn du die Rüstung daraus machst, hast du einige Teabagte-Rüstung. No disrespect, Chris. Was? Oh. Es riecht jetzt nach Schritt. Damn disrespect. Disrespect-O-Reno. Meine Katze rastet aus da hinten. Für mich habe ich immer sehr aggressive Katzen. Wir rennen dann immer so im Kreis. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, ganz viel Zeug. Guck mal. Guck mal. Ich habe nicht so viel bekommen. Wie immer. Jawohl. Ich verstehe nicht, warum das Spiel mich so hasst. Ich esse immer gut. Meine Mama isst immer gut. Eigentlich kann ich Japanisch und weiß, was da überall steht. Ja, genau. Es ist mir all die Jahre was vorgemacht. In Wahrheit bist du Japaner. Genau. Dann bin ich auch im Videospielen besser als du. Ja, genau. Da muss ich ja jetzt gucken gehen, ob ich davon was irgendwie cooles haben will, wenn du den mit mir farben willst. Ist ja nicht, was du davon haben können wolltest. Eine coole Waffe vielleicht. Die macht doch dann... Eisschaden. Eisschaden? Ist Eisschaden gut? Weiß nicht. Weiß nicht. Hier, ich kann mir jetzt die Brust bauen. Kannst du das? Ja. Die hat aber nur zwölf Verteidigungen. Was? Zwölf Verteidigungen. Das ist nicht das Richtige. Das hat auch gar nicht das Lagombie-Zeichen vorne dran. Also, weiß. Ach, Moment. Wie ich gerade... Hä? Moment. Ach, ich bin im Kaufen. Bist du überhaupt richtig? Ja, ich bin im... War doch klar, dass das hier wieder alles falsch ist. Hier ist nicht die Lagombie richtig. Sie ist alles ganz falsch. Das... Nein, das ist auch nicht Lagombie. Ah, da ist sie. Das ist sie. Hier, das. Ja. Ich kann mir doch... Oh, wei. Man braucht Käfer. Ich brauche so viel Stuff. Ich brauche so viel Stuff. Ich sag doch, du brauchst ohne Ende für die. Oh, nein. Von dem einen habe ich noch gar nichts von so Schuppen. Der Hut ist so hässlich. Die will ich auf keinen Fall. Aber komm, ich habe einen im Nacken. Der Hut ist hässlich. Guck mal. Ah. Ich glaube, ich sehe den Hut noch nicht mal. Guck mal, ich habe sechs von dem, was ich vom Hut für den Hut brauche. Aber von den anderen nix. Ich sehe den Hut noch nicht mal. Tja. Der wird mir nicht mal angezeigt. Was ist denn das für eine Schweinerei? Hä? Was habe ich denn hier für eine blaue Rüstung schon? Ich habe aber eine Kochmütze. Was ist das? Blau? Weiß ich nicht. Von was ist das? Ich habe keine blaue. Ich habe für einen Rockhack kann ich mir eine blaue bauen. Oh, stimmt. Ich auch. Hm. Von welchem Material? Oh, Zeltas ist das. Zeltas? Mhm. War der schon vom nächsten Rank? Nee, der ist, äh, das ist, wenn man da auch von der Zeltas Königin, glaube ich, Stuff braucht oder so. Deswegen, man kann das immer erst, ich konnte aber ganz spät erst machen jedenfalls bei Ich brauche eh Eissteine. Cool, dann kann ich nämlich mal eine Waffe. Also ich kann da noch gar nichts mehr machen mit dem, mit dem Lagombi-Bombi-Schnombi. Lagombi-Bombi-Schnombi? Ja. Euer Spitzname. Ich müsste ja auch mal anfangen zu sockeln, aber ich bin so voll ihr Zeltas. Gott, ich brauche acht von den komischen Käfern. Was sind das denn immer für Käfer? Oh nein. Oh nein, Schatzi. Das wird ein Problem. Der Bombi hat gar keine Waffe, wie es aussieht. Irgendeine komische Haut, die ich noch nicht habe. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Wird hat Lagombi noch keine eigene Waffe oder ich sehe sie noch nicht. Was brauche ich denn, um meine Waffe aufzurüsten? Irgendwas blaues. Achso, ich glaube es war Zinogre. Ja, was machen wir denn jetzt hier für Monster hier? Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, wir beenden erstmal den Part oder nicht? Stimmt. Oder was, oder wie, oder wer. Ja, war ja eh schon ein langer Part. Ja, aber die Zeltas-Kläfe sieht voll cool aus irgendwie. Endlich jetzt den Part besitzen. Nächstes Mal, lasst die Kommentare und die Daumen da. Lu freut sich immer drüber. Ja, ich schaue immer die scheiß Kommentare und nie steht da was. Seid mal lieb zu Lu und schreibt für die Kommentare. Oh ja. Ja, tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018